Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Drescher. Ich bin seit 30 Jahren Schuhhändler und ich habe ein ganz besonderes Hobby. Ich beschäftige mich mit den wunderschönen handgemachten Schuhen von Quafif. Quafif verwendet für diese Schuhe hochwertiges, exquisites Kalbleder aus Frankreich. Und Quafif verarbeitet diese Schuhe mit hochwertigem Kalbleder-Innenfutter. Gleichzeitig haben Sie eine Lederbrandsohle, eine Lederlaufsohle. Und das bedeutet, dass Sie in diesem Schuh immer ganz perfekt stehen. Sie haben da drin trockene Füße und Sie sehen mit einem solchen Schuh einfach immer fantastisch aus. Diese Schuhe werden nach alter handwerklicher Tradition gefertigt. Diese Machart nennt man Godia Machart. Das bedeutet, dass der Lederrahmen per Hand an die Lederbrandsohle mit einer versteckten Einstichnaht genäht wird. Danach wird der Lederrahmen mit einer zweiten Naht an die erste Ledersohle befestigt. Und erst dann kommt die zweite Ledersohle unten auf den Schuh. Dies ist ein Schuh für viele, viele Jahre, an dem Sie ganz besonders viel Freude haben werden. Wir haben diese Schuhe in dem wunderschönen Hellbraun. Man nennt die Farbe Kuoyo. Wir haben diese Schuhe natürlich in klassischem Schwarz und in einigen anderen Variationen. Und das Besondere ist, ich kann Ihnen auf Wunsch auch extra Kreationen bestellen. Wenn Sie zum Beispiel diesen Schuh in dunkelbraun mit weiß oder in dunkelbraun mit hellbraun oder in einer anderen Variation möchten, die Ihnen gut gefällt, dann besorge ich Ihnen das innerhalb 90 Tage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuschauen und beachten Sie den Link zu unserem Online-Shop Breiter Stiefel hier unten. Dankeschön.